Die müssen nur Tabellen machen. Das kannst du durchaus auch mal finden. Das ist auf jeden Fall nicht sehr spannend, was hier passiert. Das ist Excel, was hast du erwartet? Aha, geht wohl doch. Man hat ausgerechnet Werra. Jetzt weiß ich, dass ich nicht habe Ahnung verstanden. So war das. Und, Diggins, Lady in Black, keine Ahnung. Die müssten die Namen echt mal ein bisschen lauter ansagen. Die bräuchten irgendwie so ein LED-Schild. Ja. Willst du als Nummerngirl auftreten? Oh, bitte. Aber wenn du dann einmal komplett um die Arena machst. Ja, dann bin ich ziemlich erschöpft. Dann kommst du auch mal an Schild. Bei dir komm ich ja nicht mehr schützen. Jonny, 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 was die Leute sind. Ah ja. Ich bin ein Fan von diesem Helm. Der ist absolut großartig. Man möchte einfach mal reinpusten. Du weißt aber schon, dass das da oben drauf ein Vogel ist. Ich dachte, da runter ist ein Vogel. Ja, das ist ein Hühnchen. Nein. Nein. Ja, hier so ein Kreis des Adlers. Ja. Das Ding hat Ohren. Das ist schon mal in den Porn zu sehen. Ja. Junge, fick dich. Guck nach. Oh. Ja. Das war der Tennisabend. Die Frage ist, warum du mit einer Stichwaffe hauen wollten solltest. Aber das Ding schneidet wahrscheinlich. Ja. Das sind so Feinheiten. Ich meine, man könnte es auch mal anzünden. Eigentlich sollte er mit dem Chef schon wieder reinwärts. Ja, das ist auch die beste Stelle an der Mann. Oh Gott. Das ist wirklich so. Ich laufe auf dich zu und hüpfe. Da ist wieder ein Spiel. Start. Ah ja. Antiklimatisch, aber präzise. Okay. Das war ein Massaker. Davor war es 2-0. Ah. Nee, nee, nee. Alles gut. So ein Scheiß. Sogar die Schiedsrichter diskutieren, ob es stimmt oder nicht. Also ich muss sagen, die qualitative Auswirkung der Kampfergebnisse ist immer mit Vorsicht zu genießen.